Was hörst du denn da an? Scharf! Hallo! So, jetzt haben wir Food geholt. Nicest View. Nicest Food. Ein vegan Chicken Burger. Vegan Chicken Nuggets. Vegan Cheesecake. Das sind portugiesische Spezialitäten. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Hier eine leckere Bowl. Wahrscheinlich Rice Bowl und Falafel Bowl. Burrito! Lass dir schmecken! Dann gingen wir wieder ins Katzencafé, weil sie so süß waren und verschmuselt. Wir hatten sowieso so viel Zeit zu vertreiben, deswegen haben wir uns beschlossen, wieder ins Katzencafé zu gehen, weil das Essen so lecker war und die Kätzchen waren einfach mega, mega süß. Und da war es so. Wir sind normal, wir sind also in der Hand. Im ersten Mal, wir müssen hier machen. Voll süß! Lecker! Super! Kürbensuppe, gell? Mhm. Sieht ja lecker aus! Wow, das sieht ja mega lecker aus! Was ist denn da? Gut, gut, gut! Guten! Yay, wir sind angekommen! Das neue, das dritte Airbnb in Porto. Sehr süß, süße Couch, süße Küche, süße Stühle und jetzt da ist Nico, hi! Hi! Bad! Mega ist schön, wow! Mega eine Leiter! Ja, kannte ich ja! Und jetzt das Schlafzimmer! Sehr schön! Sehr gute Lage, wie sie quasi bei dieser ich weiß nicht, wie sie heißt. Oh, cool! Und wie würdest du das raten? Eins, zwei, drei. Ja, genau so würde ich es auch sagen. Naja, vorbei! Die zwei, ziemlich ähnlich. Bei beides habe ich sogar weniger. Was hat er weniger gemacht? Ja. Aber sehr lecker! Aber war ein bisschen, er ist mir süß vorgestellt. Das ist halt der hier war richtig süß. Und die Dasein, was wir gegessen haben, war auch sehr süß. Was haben wir uns denn wieder hier alles geholt? Wow! Chips! Und ein Kroketch! Wow! Alles vegan! Mega nice! Indeed, ja! Und Kombucha natürlich! Guten! Guten! Danke! Hallöchen! Hallo! Hi! Wie geht's dir? Grandios! Grandios! Schau mal die Tauben! Ich liebe Tauben! Die sind so witzig! Schau mal die Menschen! Jetzt denk ich so, hm... Was machen die jetzt? Schau mal die Welt! Ja, voll viele Menschen! Es ist auch... Es ist auch ein sehr schönes Wetter heute! Schon die ganze Woche! Echt schön in Portugal! Echt geil! Jetzt... Jetzt gehen wir... Saft, 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 saften trinken! Und dann... Gehen wir zum Beach! Also es ist jetzt nicht wirklich im Beach, oder? Ne, ich glaube heute nicht mehr. Es ist schon dunkel? Es ist schon halb! Okay! Dann mal anders! Bis wir beim Beach sind! Vielleicht morgen! Es ist dunkel oder wir fahren mit dem Taxi hin! Ja, wenn du willst! Es geht schneller! Letztes Mal sind wir dahin gelaufen und zwar richtig schnell! Also... So schnell bin ich noch nie in mein Leben gelaufen! Na ja... Du hast ja schon mal gerannt, oder? Ja schon, aber... Nicht so lange! Es ging schon... Eine halbe Stunde, denk ich, oder? Eine ganze Woche! Ja, mindestens! Ja! Wir sind Nordic Walking! Ja, genau! Okay! Dann ist es besser! Und hast du Bock auf einen Saft? Ne! Ne? Ich habe Bock auf vier Säfte! Aha! Vier! Trinkst du sie dann alle leer? Ja! Schau mal die Blumen! Magst du Blumen? Ja! Ja! Ja, ich auch! Wenn sie abgeschnitten sind... Ich mag sie eher so in einem Topf... Wo wir sie weiter wachsen! In einem Blumentopf! Ja, genau! Oder halt in die Erde draußen irgendwo! Hier gibt es Previce! Und Süßigkeiten! Wenn es vegan ist, dann ist es voll! Ne! Ne, okay! Wie ist das denn? Ich bin eh hart gesagt und so! Sehr lecker gefacht heute! Hallo! Tolle Yoga-Videos gemacht heute! Dankeschön! Hallo! Jetzt sind wir ganz oben! Schönes Wetter, die Sonne scheint! Es ist echt eigentlich ganz angenehm, wenn die Blumen nicht da ist, dann ist es sehr schön! Mhm! Gefühlt schon 15 Grad! Wie viel? 15? Gefühlt! Also ich denke, es ist ein bisschen kälter! Ja! Wahrscheinlich so... 10 Grad oder so! Da gibt es diese Denatas! Die Wigen Natas! Die Wigen Natas, ja! Haben wir auch probiert, waren super lecker! Einmal in Lissabon und einmal hier auch! Ich finde, die Blumen sehen richtig krass aus! Das sieht krass aus! Die Blumen! Ja, mega! Voll schön! Strahlensystem! Es ist so bunt! Und will ich ihn auch? Ja! Ey, das ist eine Niko-Pflanze! Voll schön glänzen! Wow! Das ist voll schön! Wow, richtig! Mega! Ja! Ja! Ah! Ah! Hier ist der Saftbord! Hm? Gehen wir zu uns in den Saftladen und sagen, Hola! 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 Was hörst du denn da an? Saft! Was ist denn hier? Das sind Wildfrüchtebeeren! Wildfrüchtebeeren! Ja, es riecht auch! Das schmeckt richtig gut! Das hätte ich jetzt nicht erwartet! Das ist Banane-Erdbeeren! Bananig! Mhm! Und was ist das? Überrasch dich, Mann! Hast du es probiert? Nee! Wow! Der war richtig! Ich würde es noch nicht sagen, weil ich würde es mal, dass du es ratest! Sehr easy! Alanas? Ja! Und? Pfirsich? Nein! Es ist nicht so leicht, daraus zu finden, finde ich auch! Mano? Ja! Wow! Mano! Gute Ratten! Und was magst du am meisten? Deinen! Ja, gell? Die zwei für dich! Am geilsten! Mhm! Die sind richtig geil! Sehr frisch! Und deswegen hast du so einen Smoothie, weil es Banane hat, weil sie mir so dick ist! Das schmeckt so krass! Das schmeckt so krass! Das schmeckt so krass, ey! Ich liebe Ananas und Mango auch! Äh, Mango mag ich auch! Und diese Mischung von Ananas und Mango ballert so sehr! Schön, gell? Ja! Vielleicht gehen wir mal in einen Vogelfütterladen! Ja, gibt es ja! Natürlich gibt es so! Fetchup oder so! Ja, können wir machen! So, jetzt gehen wir mal Vogelfütter kaufen und die Tauben füttern! Das ist eine tolle Experience! Weißt du noch damals, als wir in Amsterdam waren? Und da war so eine ältere Frau? Ja! Und die Tauben, die kannten sie einfach! Die haben noch nicht mal Essen rausgeschmissen! Die kannten sie, oder? Und die kamen irgendwie so krass von oben runter geflogen! So richtig viel auf einmal! Ja, das haben wir sogar auf Kamera gemacht! Stimmt, das haben wir! In den alten Amsterdam-Vlogs! Mhm! Die gebannt sind! Ja! Kann ich auch verstehen! Nein! Ein bisschen! Ein bisschen! Nein, nein! Macht Sinn! Ja, heute würde ich das nicht mehr machen! Auf gar keinen Fall! Das war zu crazy, was wir da gemacht haben! Vielleicht laden wir mal lizenzierte Version hoch! Ja! Möglich! Ist auch... Damals waren wir auch nicht vegan und so! Stimmt, ja! Aber lizenzierte Version kommt dann nur auf die Webseite und YouTube oder so nicht mehr! So viel zum Sonntag! So viel zum Dienstag! 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 Voll viel Leute, Alter! Ja! So! So! Sehr platz und riesig! Wie lief es! Da gibt's Kastanien! Ja! Weiß ich so! Ja, ich hau dich! Hast du schon mal eine Banane zum Frühstück gegessen? Ja! Oft sogar! Oh gut so! Heute hattest du auch eine Banane zum Frühstück! Ja, eine sehr große und harte Banane! Genau! Haha! War sehr lecker! Haha! Ja! Ja! Brauchst du das auch mal machen? Ja! 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 Warum hast du mir dann die gezeigt? Weil es halt aus meiner Vergangenheit ist. Ah, das gehört nicht mehr zu deinem neuen Duo oder wie? Jesus! Und da ist die Bridge. Irgendwie sind heute sehr viele Menschen da. Habe ich irgendwie gar nicht erlebt, dass das so viele sind, oder? Doch, doch. Mittags noch mehr. Stimmt, mittags, ja. Das erste Mal auf der Brücke waren noch mehr Leute. Ja, stimmt. Waren schon viele Leute da. Ja. Irgendwie ist es ziemlich underrated, aber irgendwie auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also, das heißt, also nicht so bekannt. Aber irgendwie schon. Ich werde es dir erklären. Weil, kanntest du es vorher? Hast du es von jemand anderes gehört, dass du es versucht hast? Nee. Nee, irgendwie nicht, gell? Nee. Irgendwie kennt man es auch nicht so. Ah, diese Dinger haben solche Kräuse gemacht. Ja, ja. Ich habe gerade gedacht, hä, war das der Fahrradfahrer? Ein Vogelflüsterer. Ein Vogelflüsterer. Genau. Sonnenuntergang. In der Adultindustrie nennt man es auch Sonnenuntergang. Schon krass. Sonnenuntergang. Es sieht ja voll hell aus. Auf der Kamera irgendwie. Siehst du? Ja. Obwohl es dunkel ist. Und es ist ein GoPro. Ja. Schön. Und genau da war unser Airbnb Plus. Los ist da irgendwo. Was schön. Yes. Hihihi. Jetzt da oben haben wir auch schon mal. Und von da hat man richtig krassen View. Von da sieht man alles. Ist noch höher als die Brücke. Ja, wie schön. Oh ja. Boah, der Dürft ist richtig stark. Ja. Oh, da ist der Mond. Sieht ja richtig schön aus. Hinter dem Palm. Wow, wow, wow. Wow. Voll schönes Wetter in der letzten Zeit hier in Portugal. Ja, mega. Die ganze Woche, jeden Tag Sonne. Aber vor kurzem hatte ich jeden Tag geregnet, also. Aber war trotzdem nice. Trotzdem irgendwie ziemlich angenehm. Wie lange bist du denn jetzt schon hier? Fast einen Monat. Wow. Mhm. Gut. Warum so lange? Wieso? Warum nicht? Weiß nicht wo sonst hin, also. Weiß nicht. Weiß nicht wohin sonst. Ja, als nächstes gehen wir nach Budapest. Uh. Ja. Und dann, weiß ich auch nicht. Vielleicht Thailand. Vielleicht Prag. Ich habe aber nicht geniebt. Oder vielleicht, keine Ahnung. Süpern. Süpern? Istanbul. Istanbul? Oh. Oder Brasilien. Boah, sie werden irgendwie nicht, ist zu weit weg gerade. Aber Thailand eigentlich auch. Thailand auch. Aber ich weiß nicht, irgendwie so Amerika habe ich hier null Bock gerade. Auch Südamerika, auch Nordamerika. Irgendwie nope. Nope. Ich habe Lust auf eine Ayahuasca-Zeremonie im peruanischen Urwald. Ich nicht. Überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Hu. Nee. Nein. Nein. Ich bin ganz hot. Lieber möchte ich in einen buddhistischen Tempel gehen und da. Ja, das klingt auch gut. Das klingt, das klingt, das klingt nice. Ja. Ja, lieber in ein paar vegane Paradiese gehen. Tee. Oder Ingwer-Tee trinken. Genau. Macha-Tee. Grün-Tee. Kamillen-Tee. Kamillen-Tee. Sehr gesund. Ja. Okay. Okay. Okay.